Es ist gerade Spendikoot! Wo? Du Brackerl, Hockweil, ich stoere! Diese kleinen B***l! Du Rotzwirt, idem Wofsch, was so lieb! Oku oku hüma wölder! Uga uga nerv! Komm wollen wir uns zur Brust, und danach raus! Man einfach sterbt! Kupferdachl, danke für 1000 Bits. Der war jetzt so unnötig, der Toad. Ist der nicht zu laut? Ich hasse dieses... Alter, wie oft willst du noch sterben? Das gibt es ja nicht, es fangt heute schon wieder so an. Leute, 1 min. auf Level 6 bei 34%. Lautstärke ist perfekt, finde ich. Vielleicht, du auch noch gut. Was los mit dir? Vielleicht, du Arsch noch gut. Bei jedem Sprung, der stirbt. Vielleicht, guck, komm, schau. Mach endlich das, das, was ich will. Immer aufs Lamebel, in der Himmel. Ich hab's mit spüren. Weißt du gar nicht so gut. Ich hab's mit spüren, in der Himmel, in der Himmel. Ich hab's mit spüren. Ich hab's mit spüren und das, was ich will. that's kauf, das, was ich will. Ja, mir kam eine D4, dass mir das Spiel zum Stern verleitet, das Lied zum Stern verleitet. Danke für den Hype Train, Leute. Was hat mich jetzt traufen? Ich hasse das, die Hin- und Her-Dimensionen. Ich lasse mich einfach sterben. Reicht du doch gut? Was los mit dir? Reicht du doch gut? Bei jedem Sprung ein Stück. Reicht du, komm, schau. Mach endlich das, was ich will. Immer Hutz, dann Eppel. Ich will mich nicht mehr, ich hasse das Spiel. Wie soll denn das, gell? Also auf die Spin draufhupfen. Alter, geh runter wieder, du Dreckser. Schau, dass du da runter kommst! Schlauch! Hey, jetzt rennt's schon langsam. Da warst's long on fire. Ja, ich lieb's. Wenn man mal darüber nachdenkt, dass du noch zwei Teile vor dir hast, wenn du mit dem Spiel fertig bist. Da kleine Sch**t, ja, Alter. Boah, ich hasse solche Drecksmissionen. Wo muss ich hin? Da links, gell? Alter. Alter, das ist so... Ich hasse es, weil halt einfach die Sicht auf das Ganze so nervig ist, Alter. Aber der Mission. Du siehst ja nicht, wo du dann letztendlich hinspringst, Alter. Wirklich, ich hasse sowas. Schau, ich mein genau das! Boah, ich hasse dieses Game. Da geht's ja! Das kannst du ein... Für was die Äpfel sind, wenn du 100 hast, kriegst du wieder Lehm dazu. Aber das ist ja... Boah, ich hab so viel Lehm in der letzten Ding gesammelt und da gehen alle wieder drauf. Ich bin echt so sch**t in dem Game. Da, das meine ich. Jetzt müssen die da um mich und dann nach links. Und ich hasse es, weil ich jedes Mal daneben springe. Ach, Gott sei Dank, gibts geschafft. So, ich will wieder so original dir deine da? Welches Level ist blöder? Dieses oder das von gestern? Das ist eine blöde Frage, so lange spült ich das ja noch gar nicht. Ich bin ein Beuteltax. Ich heiss bei die Kult. Wo sie das gleiche ansehen. Ich drehe durch. Jetzt gehe ich wieder da um mich. Ich muss auf das Spin noch mit A drauf springen, dass ich weiter springen kann, wenn ich jemals wieder da hinkomme. Schau jedes Mal! Ich drehe durch. Drei Lehm noch. Ich bin mit 14 Lehm eingegangen. Und hab sogar schon zwei Lehm wieder gekriegt in der Zeit. Ich hasse dieses schwere Drecks-Game. Nein, ich will nicht mehr. Wir gehen gleich Sturm jagen, Alter. Das halte ich nicht aus. Ich schaff's. Ich schaff's, dass ich wieder komplett verreck. Ich schaff's wieder. Ich wieder loben. Ja. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Was los mit dir? Reicht du doch gut? Bei jedem Sprung, der stirbt's. Reicht kurz, komm, schau, was endlich fest ist, was ich fühle. Immer hat's der Näppel, ich will immer, ich hasse es spüle. Ich bin ein Teufelkatz, ich ass bandit gut. Da ist er denn das, was ich denke. Alter, Gott, so Dank hab ich jetzt in Uga Uga gehabt, in Aku Aku, weil sonst ich will nicht stören. Diese kleinen Pägel, ob's wird i dem Popfsch, was soll. Uga Aku Aku, hüft ma Bö, da Uga Uga nervt. Komm, boll man uns, zack Brust, und danach lass man einfach sterben. Reicht du Arschloch gut? Lass los. Lissaleim, ich komm drei an, ich komm ne, ich hab jetzt mein letztes Leim, ich hab schon 14 Leim aufbracht. Ich sag euch jetzt aber eins, wenn ich jetzt stirb, dann loade ich einfach neig, weil es ist ja die gleiche Mission. Dann lade ich neu, wo ich wieder 14 Leim hab, das ist, oder ich lohn gleich neig, das hat ja keinen Sinn. Naja, gleich neig lohnen, ich hab wenigstens ein Chantal von der Welt. Ich schwör, oder? Es tut halt weh, weil ich so viel Leimgeist da noch angehäuft hab, und jetzt sind wieder alle weg. Dominik, willst du einen Bärmabahn haben, du kleiner Scheiße? Hä? Sag's gleich, du kleiner Scheiße. 1000 Beats jetzt, oder sonst haue ich dir raus, du frecher Rotz. Da krieg ich schon so einen Gachen, wenn einer so einen Scheiße rein schreibt. Nein, kann ich nicht. Taxi Simulator spielen, spiel es selber. Ja, das ist sehr witzig, oder, wenn dir ein Spiel schon so aufreibt. So, passt, jetzt sind wir wieder. Ich lade neu, ich lade neu. Halt die Gauschen! Ich weiß, danke! Naja. Wie schaut's eigentlich aus, mit Clips? Da sind sie schon wieder fleißig dabei. Hut ab! Ich weiß noch immer nicht, wie das der Philipp geschafft hat, dass der alle Welten ohne zum Sterben, also, die zwar noch nicht, aber die anderen Welten alle ohne Sterben geschafft hat, ich weiß es nicht. aber jetzt habe ich mal so weit ohne Sterben geschafft, dass ich das schon viel wert habe. und jetzt kommen wir glaube ich schon da her, wo ich gerade vorher gestorben bin. ja, genau da waren wir vorher. ja gehoff ich weiß ja dass dafür gäste dann kommen wir aber dann ob jetzt konzentrieren grüß euch für alle jetzt wird es langsam gefährlich für sound alerts das ist das spiel mit feuer was du sagst florian da fangt sich ich hasse diese passage oder okay wo wenn es jetzt noch einmal spüle einer verpiss dich doch aus dem stream wenn du das nicht sehen willst was ich gerade spüle wieso schreibst du die ganze zeit irgendwelche spiele einig du siehst doch dass ich was spüle dann geh doch aus sie wandert es kein bock macht was ich gerade so anstatt dass du mir die ganze zeit nervst mit irgendwelchen anderen games die was du sehen willst interessiert doch kein schwanz was du sehen willst du musst du spielen willst bei den schaden jetzt hier so schau ich heute schon schöpft aus warum schaut für die wir schöpft aus ja schon ganz normal aus maximal entnervt von dem game aber nicht erschöpft schau ich hasse diese passage weil jedes mal kein schaden sich und drüberspringen da geht's das kann ich einschätzen aber da dann so na endlich ich bin entnervt von dem game ja aber nicht dass ich mir bin oder jetzt hätte mich fast bis in der schneebrunzer pepi oder aber dann hätte er ganz normal in progressen so und da vorne jetzt kommen die fledermeister ich habe nämlich vorher auch übersehen zweitemal jetzt schon ich heiße dieses game und dann alle die was an dem remake mitgewirkt haben ihr seid ihr ja alle ihr seid ihr seid ihr alle abhängig mir kommt gleich die geile hoch weiter ich schwöre auf alles endlich oder wirklich schnauze und wirklich kann magst du es schaffen willst jetzt bringt mich die drecks oder vorne weil der schick bei klein des drecks und schädel ver- jetzt bringt mich die drecks oder vorne weil der schick bei klein des drecks und schlaubs ich schwöre auf zum lachen ich schwöre ich kann auch gleich nimmer wirklich nein es ist lächerlich hoch vom moment bringt die schlange um und feier du bosse drauf auf die olga vier jetzt hol dir die eifel du obstpflücker du bist du teppel jetzt na 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 überzuckert hätt, dass ich noch lebe, dann war jetzt der Controller geflogen. Herrlich, Socker-Tanzer. Was ist doch herrlich? Ich hasse diesen Beutel. Sei froh, dass du kein Hund warst, weil du mir so den Teddy hergeben, weil ich dann in Klaumann alle Hunde vergessen würd. Boah, Alter, das spiel ich, Alter, und das sind noch zwei Teile. Ich bin aber auch der Wut gebrot. Alter, ich trat durch. Angry Pinguin ist ja nicht schlimmer. Angry Pinguin war ja, da geht's ja um ganz was anderes. So, da vorne ist eigentlich der Checkpoint, den hätt ich mir gleich holen können, aber jetzt hab ich ihn. Ich schaff halt wirklich Sachen, das schafft man nicht, aber ich schaff's. Ich zeichne mich damit aus, an Stellen zu sterben, wenn man gar nicht sterben kann. Ich hab ja schon wieder so viel Leben riskiert, Alter. Du Drecksau, du kleine Anges***e, O**loch-Blindschleuch, du Deppertee, Alter. Ich reiß dich so lange bei dir ein, bis das Gimpfte erst die Augen raussertropft. Da kannst du sicher sein. Was wie da links ist, mir so wurscht, was da links ist, Alter. Und wenn da der Jesus persönlich auf mich warten täte, wären wir das jetzt gerade so ein Tuttle-Orange. Kommt die Teile eigentlich auf YouTube? Das weiß ich noch nicht. Ich frag mal meinen Cutter, ob er eine Idee hat. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute das dann auch wirklich schauen. Die meisten kennen ja Crash Bandicoot. Ah, ein paar Leben wieder sammeln. Ah, da ist eh schon das End vom Spiel. Ich hab 27 vor 112 Kisten. Ich schiefe euch einen Igel am Schädel, Alter. Was ist denn da? Ein paar Leben einsammeln ist ja nicht schlecht. Alles kommt mir zugute. Jawohl. Gott sei Dank wieder. Was? Drei... Hä? Hab ich das allein überlaufen? Immerhin drei Leben. Hoop hat heute auf jeden Fall einiges an neuen Vokabulagen. Ja, Alter, du hast gesagt 10 Minuten, Alter. Das sind schon lange vorbei, mein Freund. Außerdem weißt du, wie das abläuft da. Oh Gott. Ja, genau das war meine Angst. Da jetzt durchkommen, was hab ich schon wieder verbrochen. Wie soll's denn das aus? Geil! Ah. Ihr wollt's mir aber schon auf die ärgste Stelle nerven, wo's geht, Alter. Ach. Jawohl! Wir haben's geschafft, Alter. Pippi einfach mit einer Hand am Tag. Du hast was vergessen? Was hab ich vergessen? Ein paar Kisten? Auch was du nicht sagst. Ich seh schon hin. Ist mir wurscht, ich will noch weiterkommen. Ich geh da nicht auf 100% in dein Game. Ihr könnt's mit Kreuzweiß. Oh, jetzt kommen wir schon langsam Richtung Ende des Games. Ach du Sch. Ich schätze mal, die Spiele werden nicht einfacher. Ich schätze mal, die Welten werden nicht einfacher. Kastl. Ach. Nein, nicht schon wieder da. Nein, nicht schon wieder auf die Erse. Nein! Was ist denn jetzt los? Was muss ich denn da jetzt machen? Muss ich da runter? Was mach ich jetzt da? Hä? Hä? Da umgehe ich da... Das wird's nicht mehr... Hä? Ich bin grad überfordert. Wo bin ich denn jetzt hingekommen, Alter? Ich soll alle drei Teile spielen. Ja, aber das ist ja schon wieder das Chemiewerk. Wollen wir in der Mission nicht schön? Hä? Muss ich mich jetzt wieder ganz hoch arbeiten, oder was? Ja, sicher drückt sie mich rein in die heißen Schüttl. Ach. Bin ich gut. Bin ich gut. Robi jetzt oder was? Was? Oh! Ach. Ah. Was ist das fies. Auf einen Checkpoint. Also ich bin schon mal richtig. Hochschlafen. Was hochschlafen? Mit wem soll ich schlafen? Muss ich sicher gleich wieder? Ja, wie kompliziert wollt ihr es denn machen? Übertreibt es doch nicht gleich so gnadenlos. Alter! Hä? 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 Gott sei Dank. Alter, bis jetzt? Halt ich mich echt gut. Könnt ihr sagen, was wollt ihr? Oh, das wollt ihr jetzt. Und jetzt? Da oben, oder was? Alter, das hasse ich, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich glaube, es ist dann nochmal Dwarfie. Ich hab das Gefühl Ich bin so dumm, jetzt hab ich wieder alle meine Masken verloren Aber ich lebe noch Während ich das gerade aussprechen wollte Ist mir eingefallen, dass das nicht gut ist, wenn ich so was sag, weil dann bin ich erst wieder hin Checkpoint, ok Jetzt hast du wieder runterfallen Ach, wieder runterfallen Wie sollst du denn das... Nein, 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 nein Auch wenn es noch so verlockend ist Ich stirb elf, dass ich das Leben da einsammeln kann Wenn ich das jetzt mach Ok, wir haben es probiert, wir losen es Alright Wie soll denn das bitte jetzt, also ehrlich jetzt da, muss man es immer so übertreiben? Ehrlich, da kriegst du ja eine F***entzündung und zwar eine der, die sich gewaschen hat, nämlich gar nicht. Und jetzt fängt es wieder an, jetzt fängt es wieder an, die Angst, die Panik, die schnellen Reaktionsfehler, der Tönschel. Schau, was passiert denn da gerade wieder? Jetzt war ich so gut in der Welt und dann das. Ich muss gar nichts einsen, ich muss nur schaffen. Alle Kisten muss ich nur mitnehmen, wenn ich 100% haben will und das will ich nicht. Das darf dann der Philipp machen, wenn er will, aber ich f*** es auf 100% in dein Game. Weil dann, dann, nein, dann kannst du meinen Pate-Zettel bald in deinem Briefkastl anschauen gehen. Ich muss überhaupt nicht alle 100 Kisten, ich muss einfach nur meinen Söhnenfrieden finden, oder? Denn was mir das Spiel eindeutig verwehrt. Ja, ich weiß, dass da unten... Leck mich an. Sei so gut. Putz mir die Glabuster-Bären aus der Falten. Jetzt habe ich so einen guten Run gehabt bis jetzt. Ich hätte gleich noch der Mission wieder speichern sollen. Dann hätte ich, wenn ich zu viel Leben verliere, wieder neu anfangen können. Aber nein, ich... Oh Gott, das war jetzt wirklich mehr wie glick. Die Sch*** ist döder. Ich verstehe es nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß sogar nicht, wie viel von der Schächte da noch kommen. Okay, es wäre eigentlich gar nicht so schlimm geworden. Ich hab's geschafft. Schiff, ich hab's echt geschafft. Der eine Stelle, oder das war, oder wenn ich dort nicht gestorben war vorher, ich hätte fast ein Ding, ein First Try Rang gemacht.